Hallo zur zweiten Folge ist es glaube ich von Happy Wheels Happy Wheels sag ich der Prison Architect und ja wir werden neu anfangen wisst ihr ja warum Bock of War anhaltende Anlieferung könnt ihr anhalten wenn ihr wissen wollt was ist anhaltende Anlieferung auch aus auch aus damit können die Gefangenen zu leicht aus sehen auch aus Ruin Nerven nur Widerlagebedingungen natürlich auch aus aber wir wollen natürlich wie immer Handbox spielen ihr kennt es nicht andersrum eine große Karte sagt das wird nie ausreichen Gefangene geschlossen an ihr räumen sag euch Sonst habt ihr direkt in der ersten Minute eine akute Überfüllung dann hier Abfall natürlich auch kein Raum so dann natürlich noch Exo und so so dann noch ein wunderbares Lager ich hoffe ihr findet es okay wenn jeder hier kommt kann sich jetzt mit dem ganzen Bildschirm aus zu machen naja glaub ich das war jetzt vielleicht etwas groß geraten dass das verkleinert wird und so verkleinert wird anders noch anders Lager Explosion ich war nicht ganz so wichtig natürlich wollen wir keinen Urkel also wo ist jetzt so Fünftel jetzt jetzt Abfall Fünfte Export Ort Lager Lager und wie gesagt wir spielen ja in unbegrenztes Kapital Machen wir haben ja die Übergang und das habe ich rausgesperrt ist irgendwie so ein ein Zink von mir, dass ich direkt ausstimme ich will bauen Und mich nicht um blöde Befangen zu machen Da wollen wir natürlich auch ne Peri... Back... Peri Metabol? Das ist ein... Klein... Das ist... Digga... Fundamente Wir bauen ein modernes... Gefängnis aus... Zehnbreit In der ersten Führung war ganz wichtig Eine schwere Gefängnisführung Und natürlich erstmal 100 Arbeiter waren Also im Fanbox-Mordspiel... Ich will halt... Anfangen... Reichen... 50 Back... Und dann mehr Arbeit tut auch... Zehn... Äh... Was ist denn Back noch? Ich spiel mit der neuen Saison... Alphasen... Ich spiel mit der neuen Saison... Ich spiel mit der neuen Saison... Kein Scheiß... Ach... Er ist... ein gewollt zwei küche wieder ein dann wie immer an einem Punkt ist nützt ihr bitte dort die 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 weiter immer Walter kann man ja nicht schicken auch gut du errichtet Parry-Mark-A-Roll aber nicht hier drin ach Gott mach das aber auch mal ich bin schon auf Höchstergeschwindigkeit oh, minus 625 gewinnt das ist deutsch man kann aber nicht viel verarbeiten für den oberen Teil des Gefängers dann drückst du auf zwei Teile auf weil die Regen im Land werden so möglich und beide haben und dann noch mal gleich den Platzgenerator ach, das ist ein wunderschönes noch mal und und Punktwerk anzuschließen Waterpump-Stick ernsthaft was macht ihr da alle und manchmal sind die wirklich dumm beziehungsweise fast immer dann danke dann den Haupttrakt verletzt du kriegst der und da damit ich nicht in Versuchung komme Abreisen 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 Was ist das? Was ist das? So, was ist das? Klapp! Was ist das? Der ist so ein Zeichen! oh mein Gott! Ich bin mal ein Positiv! Positiv! Was ist das? Ich bin mal ein Positiv! Ich bin mal ein Positiv! Okay, noch ein Positiv! So, das ist wunderbar! So, der geht weiter mit einer schönen, großen Gefängnistür! Einer wunderbaren, ferngestülpten! Es stinkt etwas! Laut den Leuten! Personaltür! Natürlich, das hat man... Ja, warum nicht? Doch! So ungefähr! Für den Weg! Ich bin mal ein Positiv! Aber das ist zu schön hinter sich! Oder was? Ich bin mal ein Positiv! Ich bin mal ein Positiv! Ich bin mal ein Positiv! Und ich bin mal ein Positiv! 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 Lightcharen, die sie haben die er 2 aber die nicht und doch auch so da weint da ja auch kein Fenster rein doch und daneben ein f f da es hier hier so kann so hat er nicht die einrichtungen und daneben einen schönen getränkeautomat hier einen Billardtisch und weil wir später für den Quest brauchen Prozent 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 so wie ich das hier kenne Prozent Prozent drei verschiedene Strom Prozent 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 Folgen wird auch etwas so würden jetzt bitte mal alle Steffs hier den Personalraum das wäre natürlich zu freundlich Prozent okay ich denke dass alle da vielleicht Prozent Prozent der Materialien beton die 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 überschließen dem hin ein die Lampe da ne Tür und da ne schöne Tür und weil der so nicht fertig ist, will da ne schöne Tür machen so lange sind die so nerven die alle zu sehen und dann hier und dann außerhalb von Gebäuden, was ist da schnell hier geht es und dann und dann und dann und dann und dann das erforschen wichtig marken Pheologie, Gesundheit, Aschidore. Können nicht mehr in... ...Marginalraum bleiben? A... äh... Subvention... Brau und zwei Büro... z hier hätte ich gerne ist zwar teuer aber man kann sich ja so aber unser Video ist auch schon wieder zu Ende und deswegen sag ich obwohl ich mach ein bisschen länger hab Lust auf ein längeres mach mal 20 Minuten jetzt seid ihr froh meine Videos so gern langweilig ich finde es selbst nicht aus und dann muss schon was heißen wenn der Video wenn der Video macht wenn der Video macht seine eigenen Video dann ist aber mal was los dann hat er ja einen Schiff da oben sind sie auch schon fertig da oben sind sie auch schon fertig so geht man ein ich soll so eingestellt ich mach es mal 5 Minuten denn sonst werden meine Videos so überdienen das kann man sich ja nicht vorstellen ich brauche mal 5 Büros bauen 1 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 mal so alle das nötigste bauen 5 5 5 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 7 6 6 6 und deswegen sage ich tschüss mit wir speichern noch zusammen englisch speichern